Turno Das spricht man im Slavisch genau so aus. Das wäre witzig. Weil sowieso Turno ein Slavischer Name ist. Mir passt das natürlich nicht. Ich weiß das nicht über Bescheid, weil ich selber in so Slavisch gehofft. Und wir haben es halt so gesagt, Ahru am Ende der Stadt. Nee. Das ist ja auch eine Sache. Weil das überhaupt nicht gerade machen darf. Aber das ist ja schon vor 100 Grad. Das ist hier. Wenn du lass uns links am Weg einmal kurz renntun. Das ist gut hier. Das hat der Grasgelicht. Da geht es so. Das geht nicht. Das ist einfach weiter. Das braucht mich gar nicht anzukehlen. Das ist ja nicht weiter. Das ist super. Das ist wirklich da. Das geht nicht. Das ist eben nicht so. Dreh Dreh Achtung! Ich muss erst mal rechts fahren Nee, auch keine Brücke steigen gehen Aber der Akkurs ist wieder Welche noch? Ich muss noch nicht in den Bauern Und ich muss jetzt hier einen Zielabschlüssel haben Ich lasse mich noch auf den Eimerkluss Ah, das wird auch vielleicht Basiert auch so eine Möglichkeit, hier weiter zu verraten Ach, da ist diese Fiktiongastung Da ist bestimmt Durchgangsverkehr Das ist auch schön Wir haben das gescheitert raus Das ist auch schön kräftig Ja, das ist okay Das ist auch schön kräftig Ja, das ist okay Aber die Kermatisierung hat hier wohl nicht gegriffen damals Früher wurde ja sehr viel Kermatisiert und das hier wirklich Da muss ich meine auch saufische Garten haben Die Kersche fern Also So Die Kermatisierung Was ich Lieber Der Kermatisierung Ich habe es nicht mehr Ich habe es nicht mehr Ich habe es nicht mehr Die Kermatisierung Das ist das Ich habe es nicht mehr Jetzt habe ich mir Ich mache es nicht mehr Wie Das ist nicht mehr Ich muss jetzt nicht mehr Es ist mehr Nein Wie Du musst dich euren Untertitelung des ZDF für funk, 2017